So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und eigentlich habe ich ein Video heute vorbereitet gehabt, was nachmittags kommen sollte, so vielleicht 15 Uhr, aber diese Nachricht erschüttert gerade die Pokemon Go Welt Community überall, also ja, es ist ja immer schön, wenn man neue Features ins Spiel bringt, wenn man alte Features abändert, dann ist es meistens nicht so schön, man gewöhnt sich an vieles, vieles ist cool, wenn Specs to the Roots kommen, aber es gibt Dinge wieder mal, die ich nicht verstehe, die für mich absolut keinen Sinn machen und was auch irgendwie keiner Begründung zugrunde liegt, ja, aber was ist passiert, auf der offiziellen Seite gibt es ja hier diesen Beitrag, der gepostet wurde jetzt, da steht erstmal bla 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 und deswegen habe ich mir gedacht, weil ich gesehen habe, mein MMO hat er ja auch jetzt den Artikel schon wieder drüber gemacht, auch wenn ich manchmal denke, dass so wie die da schreiben und alles, man irgendeinen komischen Eindruck bekommt, es sind ja ein paar Bilder dabei und da ist schon mal ein bisschen eine Meinung mit drin und da ist schon mal Feedback auch von anderen, also zwei Feedbacks sind da von Spielern, deswegen möchten wir uns mal hier auf den Artikel von mein MMO beziehen. Pokémon Go macht seine Fanrates teurer, will, dass ihr in Gruppen raidet. So, Pokémon Go macht seine Fanrates teurer, an sich stimmt das so jetzt nicht unbedingt, also theoretisch kostet ein Fanrate noch genauso viel, wie er davor kostet. Es gibt nämlich andere Leute, die sagen, um Fanrates zu verhindern, sollte man einen Fanrate Pass auf 200 legen, statt auf 100, damit da ein deutlicher Unterschied ist zwischen dem normalen für 100 und dem Fanrate für 200, sodass ein Fanrate teurer ist. Die Fanrates sind aber nicht teurer geworden, weil der normale Pass kostet 100, der Fanrate Pass kostet weiterhin auch 100, also die Fanrates sind nicht teurer geworden. Will, dass ihr in Gruppen raidet, das klingt so irgendwie, als wäre das was Schlimmes. Eigentlich sollte das ja das Ziel von jedem sein oder von vielen, klar, es gibt auch Leute, die haben keinen Bock auf andere Leute, die wollen nicht in Gruppen raiden, die wollen für sich selbst sein, aber die wollen ja dann auch nicht unbedingt Fanrates machen, weil dann haben sie ja wieder irgendwie trotzdem Kontakt zu anderen Menschen, also die machen sich ja dann meistens 100 Accounts und spielen vor Ort mit ihren 100 Accounts selbst. So, ansonsten bin ich jemand dafür, der gerne in Gruppen geradet hat, der gerne unterwegs war mit einer versammelten Mannschaft oder der einfach mit dem Auto bei einer Raidtour vollgepackt mit Sandwiches und Leuten von Raid zu Raid zu Raid gefahren ist an einem Raidday, ist ja nichts Böses, ist ja nichts Schlimmes, klingt hier irgendwie aber so negativ. Und jetzt kommen wir mal zum Artikel. Die besonderen Vergünstigungen für Fanrates fliegen raus, dafür soll das Raiden vor Ort besser werden. Das hat sich geändert, am Abend des 19. Mai kündigte Entwickler Niantic Änderungen für Pokémon GO an, einige davon traten direkt in Kraft, so ist das Kaufen eines Bundles von Fanrate-Pässen nun teurer. Außerdem findet ihr bald keine Fanrate-Pässe mehr in den 1-Euro-Boxen. Das ist, glaube ich, das, worüber sich die Leute jetzt am meisten aufregen. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, wenn jemand gesagt hat, ich habe keinen Fanrate-Pass, wo kriege ich denn den Fanrate-Pass her? Habe ich immer gesagt, geh mal in den Shop, hast du deine wöchentliche Box schon abgeholt? Da gibt es ja immer Montagabend eine Box für einen Coin mit einem Fanrate-Pass drin. War nicht zu übertrieben, war trotzdem irgendwie gemütlich. Ich meine, wir haben immer einen Gratis-Pass pro Tag, während der Alola Season haben wir sogar zwei Gratis-Pässe pro Tag gehabt. Fanrate-Pässe musste man sich aber immer kaufen. Und durch diese Box hat man wenigstens einmal in der Woche einen Fanrate-Pass bekommen, den man aber trotzdem für einen Coin kaufen musste. Fand ich jetzt nicht so übertrieben. Hätte man ja trotzdem machen können. Denn viele Leute suchen ja auch, wenn die ihre vor Ort weg machen wollen, jemanden, den sie da einladen können, wenn sie da wirklich keinen haben. Aber egal. Diese Box bleibt zwar noch da, aber der Inhalt ändert sich. Es wird dann also keine Fanrate-Pässe mehr in dieser 1-Euro-Box geben. Jetzt schreibt mir mal bitte eure Meinung dazu, ob ihr sagt, naja, interessiert mich nicht. Ich raide ja eh immer vor Ort meine freien Pässe weg und bin eh mit meiner Community unterwegs und stark vertreten und alles fett. Oder ist diese eine Raid-Pass genau das, worauf es euch ankam, weil ihr immer die Woche gewartet habt. Oh, bald kommt wieder der eine Fanrate-Pass. Ich habe jetzt eine Woche gebraucht, um 10 Coins zusammenzukriegen, damit ich mir wenigstens den kaufen kann. Und trifft euch das jetzt schwer, habt ihr nicht die Möglichkeit vor Ort zu raiden. Und könnt ihr dadurch im Prinzip dann gar keine Raids mehr machen, weil ihr auch keine Coins habt, auch nicht aufladen wollt, keine Leute habt. Die Möglichkeit auch wegfällt. Wird für euch das Spiel jetzt also uninteressant? Werdet ihr jetzt aufhören zu spielen? Gibt es vielleicht auch solche Leute, die dadurch jetzt gar nicht mehr zocken können? Das Einzige, was ich jetzt richtig dumm finde an der ganzen Sache, ich kann ja mit allem leben, dass das Bundle, was immer 250 Coins gekostet hat, jetzt 300 Coins kostet. Das ist vielen jetzt auch schon aufgefallen und das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Na Yendi kann seine Preise machen, wie sie wollen. Versteht mich da nicht falsch. Die können, wenn die wirklich sagen, der Fanrate-Pass kostet jetzt 200 und das Bundle kostet jetzt 500, was vorher 100 und 250 waren. Okay, können sie doch machen. Das ist beides dann das Doppelte. Hätte noch eine Relation zueinander. Dann wären Fanrates trotzdem teurer als normale Raids. Es wird der Fokus darauf gelegt, normal zu raiden. Aber wie kann denn bitte ein Bundle? Ein Bundle? Eigentlich hast du es immer so, wenn du eine größere Menge nimmst. Das ist Naturgesetz. Eine größere Menge eigentlich heißt, du hast einen Vorteil. Und hier gibt es keinen Vorteil mehr. Und das ist das, was mich am meisten stört. Dass ich jetzt keinen Unterschied mehr mache, ob ich mir dreimal den einzelnen Pass hole. Oder ob ich einen Klick mache und drei mit einmal hole. Ich habe immer dieses Dreier-Ding gekauft, Dreier-Ding gekauft. Die Raid-Mania ist abgelaufen. Immer Mittwochs. Das war richtig cool. Bam, bam, bam. Jetzt bezahlst du halt genauso viel wie einzeln. Also, pfff. Das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Das wird sicherlich auch viel von euch stören. Und andere würden sagen, ist doch egal. Ich kann eh nicht mehr raiden. Ich kann jetzt... Einen Coin konnte ich mir noch leisten. Mehr geht jetzt nicht mehr, ne? Ich weiß es nicht. Also, ich finde trotzdem, selbst wenn die Fan-Rates ja nur wegen Koronis dazukamen, sollte man jetzt nicht komplett darauf scheißen. Weil, ja, die Leute haben sich dran gewöhnt. Ja, die Leute haben so die Möglichkeit, eben mit Leuten, die nicht in ihrer Stadt sind, die sie aber trotzdem kennengelernt haben, vielleicht gerade bei einem Go-Fest oder auf einer Safari oder wenn sie mal irgendwo in eine Stadt kommen und dort Leute finden und dann wieder in ihrer eigenen Stadt sind und die haben sich super verstanden und die wollen trotzdem ab und zu auch mal miteinander raiden, dass man das jetzt sozusagen bestraft, wenn man nicht nur zu Hause im Ort mit den Leuten raidet, sondern dass man mit anderen Leuten, die man trotzdem als Freunde auf Reisen kennengelernt hat. Ihr sollt viel reisen, ihr sollt viel eure Umgebung erkunden, aber jetzt heißt es, nein, bleibt zu Hause in eurem Ort und lauft nur 5 Meter und alle, die auch 5 Meter um euch rumwuseln, die machen mit euch die Raids und sonst nicht so. So wirkt das ein bisschen übertrieben, gerade dargestellt, aber, ja. Preis der Fan-Rates wird verändert. Na, Jendik will den Fokus auf den sozialen Austausch lenken und die Raids verbessern, die Spieler vor Ort in Gruppen erleben. So, die wollen die Raids verbessern. Ich glaube, die Raids werden trotzdem genau die gleichen bleiben. Es soll halt nur ein Feature eingeführt werden, dass man halt irgendwie übers Spiel Leute erreichen kann in der Umgebung oder die da auch sind oder sonst was. Wenn ihr jetzt natürlich eine WhatsApp-Gruppe habt und habt euch verabredet, verabredet ihr euch dann halt dort in diesem Feature, in dieser Zusatz-App oder was weiß ich. Ist vielleicht ganz cool, dass es einen Ort für alle gibt, wenn es da so eine Niantic-Social-App gibt oder so. Aber, ja, die, die jetzt ihre Gruppe haben, die haben halt ihre Gruppe. Dadurch können sie vielleicht dann neue finden, die nicht von der Gruppe wissen. Meistens findet man ja eh Leute, wenn man irgendwo am Raid ist und macht den Raid vor Ort, dass irgendeiner vorbeiläuft und sagt, hey, macht ihr gerade einen Raid? Kann ich da mitmachen? So war es früher. Aber wenn hier keiner mehr spielt in der Stadt, großartig, dann wirst du wohl da auch gehen in eine Lehre erwarten. Der Gedanke ist gut, ja. Wie die Umsetzung dann aussieht, vielen wird das sicherlich helfen. Manchen bringt das aber auch leider gar nichts. Das ist anders. Im Shop gibt es ja schon seit Jahren die Möglichkeit, drei Pässe für 250 Münzen zu kaufen. Da ein Fernpass 100 Münzen kostet, war dieses Bundle wegen seiner Vergünstigung beliebt. Ab sofort kostet dieses Bundle 300 Pogemünzen. Kann ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Finde ich total dumm. Dann hätten sie halt gesagt, der normale 200, die hier 500. Dann wäre es eine Vergünstigung, wenn man gleich drei kauft. Aber, ja, nee, dann würden sie sich noch mehr aufregen. Ich bin lieber ruhig. Aber dass man halt, ein Bundle, es ist halt ein Bundle. Bundles sind halt Bundle. Obwohl, eigentlich ist auch kein Naturgesetz, dass ein Bundle irgendwie einen Vorteil haben muss. Wenn ich jetzt mir ein T-Shirt kaufe und eine CD, oder ich nehme halt die Box, wo das T-Shirt mit der CD drin ist, heißt das ja nicht automatisch, dass es dann dadurch weniger kostet, sondern ich kriege halt einfach beides. Vielleicht noch eine Unterschrift dazu. Aber zum gleichen Preis. Eine Unterschrift kostet ja nichts. Ab dem 23. Mai wird es in den wöchentlichen Boxen für eine Pogemünze nicht länger Fanrate-Pässe geben. Sondern, ich muss das eigene Dings immer weglassen, für eine Pogemünze gibt es wechselnde Auswahl an Items. Was da also dann alles drin ist, das werden wir dann sehen. Vielleicht sind ja sogar ganz coole Sachen dann drin. Wer weiß das schon. Vielleicht gibt es ja dann eine Sanana-Bäre mehr oder so. Also, warum der Yendik das macht und was sich noch ändert. Ja, sie sagen natürlich, sie wollen, dass... Ach, ich lege. Das sagt der Yendik. Im neuesten Blog-Post schreiben die Entwickler, dass neue Features eingeführt werden, die den Austausch unter Pokémon-Go-Spielern erleichtern sollen. Teilweise soll es diese neuen Features in einer separaten App geben. Nach längeren Tests sollen die in den nächsten Monaten in Pokémon-Go eingebaut werden. Diese Features sollen die Kommunikation unter den Trainern erleichtern, die Suche nach Communities ermöglichen und Raid-Kämpfe vor Ort lobenswerter machen. Wieso wird es aber durch die Kommunikation dann lobenswerter? Lohnenswerter. Lohnenswerter würde ja für mich nur sein, wenn die Belohnungen in den Raids ab sofort dann besser werden, dann ist der Raid vor Ort für mich lohnenswerter. Man sei sich bei einer Yendik bewusst, dass diese Art von Community-Feature dringend nötig ist. Hier ist auch eine kleine Umfrage. Wie radet ihr hauptsächlich per Fan-Raid in normalen Gruppen-Rades? Bei mir, ich stehe immer alleine an den Raids, wenn ich unterwegs bin. Also, auch wenn ich da mal in die Gruppe reinposte oder so, in die WhatsApp, die wir haben, da ist keiner vor Ort. Die meisten, selbst die, die in Nibu noch wohnen, sagen, sie sind dabei über Fan-Raid-Pass. Also, da steht keiner vor Ort. Also, muss ich sagen, per Fan-Raid rede ich hauptsächlich, weil ich ja am Mittwoch mich einladen lasse bei der Raid-Mainia. Wir können ja mal abstimmen und gucken, was hier ist. Aha, 88% per Fan-Raid. Wunderbar. Die Motivation dahinter ist klar. Najendik will, dass ihr mehr in Raids vor Ort radet und nach draußen geht. Das wurde schon klar, als man den Rauch abschwächte. Im Blogpost lässt Najendik die Motivation durchscheinen. Sie schreiben, nun können wir es kaum erwarten, endlich wieder persönlich zusammen zu spielen. Ah, okay. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass ich dann, wenn ich draußen bin, Najendik-Mitarbeiter durch meine Stadt fahren sehe, die sagen, hey, hey, macht ihr einen Raid. Wir sind dabei. Also, diese Vorstellung wäre witzig, aber, ja, die wollen persönlich mit uns spielen. Genial. Die können uns ja einladen, zu ihren Raids nach wohin auch immer. Auch die Spieler, die keinen guten Zugang zu Arenen haben, will an etwas tun. Bäm, was? So sollen neue Arenen in Zukunft schneller genehmigt werden. Ja, wenn die Leute das Feature wenigstens mal sinnvoll nutzen würden und nicht die ganze Zeit nur rumfaken würden und irgendwelchen Mist machen würden und wenn die Bewerter wenigstens auch mal fair bewerten würden und nicht einfach, nö, ich gönne nicht und deswegen lehne ich einfach alles ab, das sollten sie mal machen. Einfach mal den Leuten hier die Pistole auf die Brust setzen und sagen, du nimmst es jetzt an, Junge, sonst wird es wahrscheinlich abgelehnt. Warum keine Raid-Pässe mehr in der einen Münze-Box, die Website Polygon, stellte dem Live-Game-Director von Pokémon Go, Michael Steranga, die Frage, warum man die Pässe aus der Münze, aus der Münze-Box entfernt hat. Sich mit anderen zu treffen, ist ein wichtiger Teil. Es gehört dazu. Das unterscheidet Pokémon Go von anderen Spielen. Wir sind uns darüber bewusst, dass neue Trainer oder auch Veteranen, die in den letzten zwei Jahren hauptsächlich von zu Hause aus raiden, diese Fähigkeiten und Gewohnheiten neu erlernen und wieder erlernen müssen. Ihr habt einfach nur vergessen, wie man den Pass an der Arena einwirft. Daran liegt es nämlich, wir arbeiten an einer Reihe von sozialen Tools und Funktionen, die es den Trainern ermöglichen, leicht zu sehen, wo andere Trainer spielen und sich versammeln und anderen zu signalisieren, wo sie einen Kampf oder Raid planen. Wenn du also genau weißt, ach, da machen welche in meiner Umgebung dann den Raid dort, da kannst du immer noch über den Fan-Raid-Pass einfach da. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Angenommen, ihr reist für einen Community-Day in einen Neustart und wollt euch mit Trainern aus der Umgebung treffen, so könnt ihr alles auf einen Blick erledigen, sobald diese Tools fertig sind. Ich sollte doch noch hinzufügen, dass uns der Schutz der Privatsphäre sehr wichtig ist. Alle diese Funktionen werden optional sein und können fein abgestimmt werden, sodass ihr entscheiden könnt, mit wem ihr welche Informationen teilt. Sonst sehen die nämlich überall, da lädt sich einer die App und dann sieht er, oh, da drüben in der Gasse sind fünf Pokémon-Go-Spieler. Da gehe ich hin, die Marsch kaputt. Da sind nochmal zwei. Also, ja, das verrät einfach alles von euch dann, außer ihr stellt alles aus und dann könnt ihr euch auch gar nicht irgendwie miteinander, naja. Wie gefallen euch die Änderungen genau? Findet ihr das okay? Schreibt mal eure eigene Meinung drunter. Sagt ihr, ja, das passt, ja, das ist korrekt, ja, schön, dass die jetzt so eine, vielleicht eine Chat-Funktion einbauen oder irgendwas oder sagt ihr, sind die denn komplett bescheuert? Ähm, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß, was sie wollen, aber sie hätten ja trotzdem im Prinzip diese Community-Funktion erstmal reinbringen können, den Rest so lassen können und ich glaube, die, die sowieso bei sich am Ort sind und keine Coins haben für Fan-Raid-Pässe und andere Pässe und einfach nur ihren normalen Pass wegmachen wollen, aber keine Spieler haben, so aber die Möglichkeit haben, Spieler zu finden über dieses Community-Feature, denen ist doch damit erstmal sowieso auch geholfen und die werden das sowieso dann sagen, hey, morgen können wir uns ja wieder treffen für einen gemeinsamen Raid, jetzt wo ich euch gefunden habe in meiner Stadt. Also das, alleine, würde doch schon viel ändern, gerade so, damit die nicht mehr dann in den Stream kommen und sagen, ey, ich hab den noch nicht, ich hab keine Leute, kannst du mich einladen? Sondern, dass die einfach bei sich Leute finden. Muss man deswegen, aber trotzdem, äh, bei den anderen was ändern, die trotzdem mit anderen gerne raiden, weil sie gerne mit denen einfach interagieren und sich gegenseitig helfen, oh, ich hab hier noch einen, ich lade dich ein, ich hab hier einen, ich lade dich ein, so dass man sagt, nein, du machst den einen, der am Tag bei dir erscheint und du machst den einen, der am Tag bei dir erscheint. Wenigstens das Bundle hätte trotzdem irgendwie einen Vorteil haben sollen gegenüber dem normalen, finde ich. Mal gucken, wie es auf die Community wirkt, schreibt mal eure Meinung drunter, was ihr davon haltet, das war es jetzt von meiner Seite aus und mal gucken, ob ich das andere Video heute noch veröffentliche oder es jetzt wieder verschiebe, dadurch, dass das jetzt da ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses.